Hey Leute, neuer Vlog und ich gehe jetzt hier gerade in Bens Wohnzimmer und da sieht man auch schon die Jungs. Gerade noch ein bisschen abschneiden, vielleicht kommt ein neues Video. So Leute, sorry, ich wollte heute eigentlich noch viel, viel mehr filmen, aber meine Oma ist vorbeigekommen, dann haben wir die ganze Zeit Phase 10 gespielt. Ja, jetzt haben wir uns gerade ein bisschen fertig gemacht und gehen gleich auf ein Party zu Mike und vor allem in Rafaels Geburtstag rein und ich hab auch wenn ich noch ein bisschen müde bin von gestern. Ja, ich glaube, ich brauche das. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. I thought forever's what you want it to be And this is the moment when you come running, running back to me You're running back to me It's your birthday Happy birthday It's your birthday Happy birthday It's a great day That's what we say Happy birthday To you So Leute, ich habe gestern leider kein Outro mehr gemacht Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat Der kleine Zusammenschnitt von der Party Und jetzt fängt auch schon der neue Vlog an Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen Wenn ihr Bock habt, könnt ihr hier ein Abo hinterlassen Und hier könnt ihr neue Videos gucken Und wir sehen uns Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!